Ooooooooooo Und wir gehen da waren HALOBEYOO Kelvinies IS loose EINZ EINZ Heute Mhm Yes 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 Nicht schlecht Ein pisser fährt mich um Dann nehmen sie Telefon Wer think of US таки Ich hab den ganz links unten. Ich lass jetzt mal meinen Kappi auf, damit er die Frisur nicht so hässig aussieht. Alter, was ist denn das für eine schwarze Frau hier? Ich will mal rein bashen. Hä? Wo wollen wir jetzt hin? Sehen wir jetzt gleich. Ja, seh seh. Ein Fahrzeug wäre halt optimalst. Oblimus. Optimalst. Optimus Prime. Und runter und unter uns ist die Kirche. Das ist aber kein Auto. Sind aber unter uns welche? Ich will keinen unter uns. Die spawnen eh wieder zwei Sekunden vor uns. Ja, ist echt so. Also liebe Leute, H1Z1, kurz erklärt, ist einfach Battle Royale in H1Z1. Wer das nicht kennt, ist Low. Ich glaub da ist keiner bei uns. Ich geh in die Kirche. Doch, der ist schon der erste. Kollege, grüß dich. Der läuft hier hinten. Nee, der läuft hier nicht. Der läuft vorne rein. Der passt vorne auf. Ich nehm die AR und wir ficken den jetzt zusammen. Du kommst links raus, ich rechts. Warte. Jo. Down. 802. Ja, ich hab den anderen geholt. Naps, Alter. Wie kann man so scheiße sein? Vollidioten, Alter. What the fuck my friends? Meine Bandagen? Hier war aber auch nichts, Alter. Die hatten echt Pech. Hier ist keine Waffe. Doch, der hat eine AR. Hier der Typ. Okay, der hier hat nichts. Glaubts. Mann, haben wir wieder gedrückt. Wie scheiße, Alter. Wie immer. Geil. Was wir anfassen, wir zu Gold, Alter. Hier ist einer. Hier. Hier. Da auch ein Headshot. Junge, ich drück. Wie scheiße. Bug, ich muss mich andersieren. Ey, dann ist hier noch einer. Ja. Was ist denn jetzt los? Was? Mach mal die Tür zu. Hab ich schon. Du musst hier hinten die Tür zu machen, schnell. Ich hör nur, wie die Tür aufgeht und ich bin dran. Hier ist halt noch eine Tür auf. Ist jetzt auch so? Aber der eine kann uns niemals zu zweit machen, Alter. Ja, wir sind aber nicht zu zweit. Wie, wir sind nicht zu zweit? Ja, ich steh doch grad nicht bei dir. Ja. Was wollen wir jetzt machen? Wir müssen eigentlich in die Häuser zum Looten. Ja, aber der... Die ist bei mir hier auf der Seite. Ja, ja. Hätte ich auch gesagt. Warte. Warte, mach du auf und ich aim hier raus. Okay? Ja, ist keiner. Ja, aber... Ist safe einer. Da ist keiner. Ja, da ist keiner. Tschüss. Warte, lassen wir hier in die Ecken schauen. Hier ist niemand. Andere Seiten. Da sind zumindest beim Haus noch die Türen zu. Ich hänge. Hier ist ein hängengebliebener Fetzer. Der darf eigentlich keine Waffe haben, oder? Ja, in den Häusern hier kann doch... Ja, da ist doch die Tür zu. Ja, weiß ich nicht. Der kann ja auch im anderen Haus sein. Ne, da ist auch die Tür zu. Der kann sich ja zugemacht haben. Ne, ist niemals so. Ist halt auch nicht so. Ne, ist nichts. Ja, lass mal rüberschauen, oder? Die Dreckshütte. Ja, wollen wir nicht. Vielleicht... Oh, lass mal Molly und... Ich werf ne Nate. Jetzt kann man das Fenster durchwerfen. Äh... Sinn. Warte, ich schieße das Fenster kurz auf. Ah, die ist prallt ab. Was wollen wir jetzt machen? Rein. Warte. Hier ist ein Revolver. Ne, dann wär der da, glaub ich nicht mehr. Ich hab ne Shotgun. Vielleicht haben den auch die anderen gemacht. Ne, ich glaub... Es waren ja keine Schüsse. Du hast die Tür gerade zugemacht, oder? Ich war das die Tür. Okay. Aber ich glaub ich höre jetzt Step, oder? Ah ne, das warst du. Ne, das warst du nicht. Ne, dann lass doch mal schnell in die Kirche und die looten, weil da war noch AK-Money. Oh nein, ich hab keine AK. Ich hab nur ne AR. Hat er da auch AR? Ja. Ne. Aber ich hab... Äh... Ich hab halt noch ne AK. Scheiße. Machen wir die Tür wieder zu. Warte. Ja, okay. Savezone geht auch noch, klar. Hat er da sonst noch was? Auto? Ne. Doch, Auto, glaub ich. Wo? Lass mal rauslaufen. Arbeit, geh mal aus deiner Tür raus. Arbeit, geh mal aus deiner Tür raus. Aber wie gesagt, ich hab fast keine Muni, warte. Ja, ich auch nicht. Doch, kein Auto. Ah, nicht schlecht, Alter. Nettes, ey, wir müssen nach Norden kommen. Komm, komm, komm nach Norden. Vielleicht können wir noch irgendwo Loot von nem Campingplatz mitnehmen und schon wieder keine Karre, Alter. Ich raste. Ich hab nicht mal nen Helm. Ich hab einen. Noch. Hört doch mal. Links. Geil, wie wir die wieder gepickt haben, Alter. Da vorne ist ein Campingplatz. Aber das war nice. Das war nice. Das war nice. Alter, der Anfang war aber nice, fand ich jetzt. Hab das schon öfter gemacht. Auf geht's. Jaja, aber... So ging's scheiße. Lass den Schlüssel aber drin. Warte, da drüben ist noch AK. Nice. Und hier ist noch ein Ducktape, wenn du eins brauchst. Oh ja. Ich hab auch noch eins. Warte, ich muss mir kurz Bandagen kaufen. Okay, ich hab jetzt jede Waffe, aber halt nicht viel Muni dafür. Ich hab noch keine... Ich hab noch keine Shotgun. War mal rechts über den Fluss drüber, da. Ja, dahinten ist noch ein Campingplatz hinter uns. Und wir müssen nach Norden eigentlich. Ja. Ja, dann mach mal. Ja, fahr einfach. Ja, fahr einfach. Ja, fahr einfach. Boah. Ich war gegen Gefahr. Aber gegen Steine. Da ist noch ein Quad. Ja, ich steck aus. Willst du's nehmen? Beziehungsweise behalte aber den Schlüssel. Warte, ist hier noch irgendwo? Ja, dann nehmen wir uns hier deinen Schlüssel ins Inventar. Jo. Hol dir mal deinen Schlüssel. Jo. Wie viel Damage hat das? 98. Deins? Ja, nichts was eigentlich. Achso, ich dachte du wolltest mit einem fahren. Ne. Wow. Ich seh von nichts, also. Links ist ein Auto. Warte. Von dir aus jetzt links. Fährt den Berg hoch. Ist von mir aus links? Du siehst du es ganz links. Auf dem Berg. Ganz hinten. Nord, West, Nord. Jetzt hat das den Berg hoch. Das war ein Pickup. Der fällt da immer noch. Ganz oben an der Bergspitze. Nord, West, Nord. Äh, West, Nord, West mein ich. West, Nord, West. Der fällt da da unten rum. Ahja! Der was? Der bei den Tauben, ne bei den Vögeln. Den siehst du nicht? Ja, ich seh da keinen. Schwarz aussehen. Wollen wir da hin? Ne. Der Campingplatz ist hier noch zu. Ich seh kein Campingplatz. Ne doch, da sind schon Türen offen. Ja, fuck. Und auf der anderen Seite sind die Hasseshäuser. Da will ich nicht hin. Da habe I Angst. Wer, musst du sagen. Wir sind eh gleich da. Wir sind schnell legt. Mein Hass ist, auf dem Quart hinten zu sitzen. Du kannst dich null umsehen. Warum sitzt der eigentlich nicht wie auf dem Motorrad hinter mir so gespreizten Schenkeln? Ja, weil er hässlich ist. Wir sind immer noch nicht in der Safe Zone, Alter. Ja, sie ist. Hier auf dem Flugplatz noch. Ich wäre eigentlich noch ein Auto. Ja, ich auch. Hier sind aber die Türen auch. Jetzt lass das auch. Ah, gute Nacht. Ah, jetzt sind wir in der Safe Zone. Vielleicht können wir den Pickup ficken. Vielleicht können wir den Pickup ficken. Oder zumindest zu dem Campingplatz hier hinten. Ja, ich... Wie gesagt. Ja. Was meinst du? Zu dem hier vielleicht? Ich schau mich nach hinten, um ob der irgendwo einer ist. Mit einem Chuck. Für mich. Da ist noch ein Military. Wichser. Wie viel braucht man von der Kacke? Ah ne, ich habe keinen geschwetterten Helm. Soll ich irgendein Kondom? LOL. Da sind noch Charks. Brauchst du welche? Ja. Da auf dem... Ne, ich habe schon. Achso. Warte, ich muss mir noch einen kurzen Hitchler in den Mund stecken. Ja, Safe Zone kommt halt jetzt. Da vorne, warte, steig aus, steig aus. Wo ist er noch? Genau im Westen war... Ein Fahrzeug ist da. Ja, ja, da unten. Oh, fuck. Da ist noch eins. Warte, warte, warte. Rechts, rechts im Wald kommt eins her. Rechts vom Wald. Hinter uns zwei, zwei, zwei Autos. Wir sind gefickt. Wir sind tschüss. Ne, lass sie mal. Verkämpft dich hinterm Zelt, so wie ich... Ja, die haben zwei Autos einfach. Das sieht nicht so aus, als würden die sich bekriegen. Ne, ne, ne. Mann, Wichser, Alter. Doch, die fahren woanders hin. Boah, Alter, würden wir gleich... Ja, vielleicht können wir die anderen jetzt ficken von dahinten. Hinten? Der Pick-Up vielleicht battelt, der sich mit dem Polizeiauto... Weißt du, vielleicht... Vielleicht verkämpfen die sich oben am... Ja, aber das ist auch zu Risiko, wenn man hört... Fahr mal, fahr mal so, wie das Quad steht, fahr mal in die Richtung weiter. Und dann rechts über den... Achso, ich bin der Fahrer. Ah, tschüss. Fahr du. Fahr du, fahr du. So. Achso, wie das Dach... Aber da hinten ist Gas gleich. Ja, machen wir halt jetzt. Okay. Hä, das... Jetzt halt rechts rum. Jetzt halt rechts im Wald hochfahren. So, rechts... Und ich sehe wieder nichts. Vorhin ist es eine Kirche. Ja, schön. Wie findest du die? Na, die ist... Nebotische, glaube ich. Wollen wir da rein schauen? Das ist eine gadische Kirche. Türen alle offen. Hey Leute, mir mal die Deckenkonstruktion. Warte, hier ist noch ein Campingplatz. Natürlich ist hier nichts. Natürlich nicht. Auf geht's! Ich muss kurz noch Bandage machen. Und mach! Ja, bin fertig. Ready? Ja. Ich muss mich nur verbinden. Hehehe. Hehehe. Also du musst callen, wann wir aussteigen müssen. Mhm. Weil ich sehe, wie gesagt, nichts. Und dann müssen wir aber auch echt aussteigen, wenn wir mal aussteigen sagen. Ah, nice. Ja. Ja. Beim Quads sind es halt ultra laut. Ja, und du wirst halt... Links von uns, der Campingplatz, ist der schon offen? Und? Der ist offen, ja. Ne, achso der unten. Meinst du, warte, ich dachte hier oben die Baumstumpf. Oh, bei den Baumstumpfen ist auf jeden Fall nichts. Die Baumstumpf. Links sind aber auch nochmal so Baumstumpfen, wenn du nochmal ausspringen möchtest. Ja, das ist auch... Der ist off. Ja, die Baumstumpf. Hast du das mitziehen aus dem anderen mitgenommen? Ja. Bei den Baumstumpfen ist aber nichts. Doch, hier habe ich schon eine Eier und so. Hier ist ein Military und ein AK. Warte, ich brauche den Military. Ich brauche die AK. Also eine Muni. Wie viel Muni hast du jetzt? Für das Aid hast du. AK habe ich 90 und AR habe ich 50. Okay. Wie willst du? AR 90 und AK 60. Schütze sind rechts hinter uns irgendwo. Ja. Also im Dorf, glaube ich, in der Stadt. Ja, lass mal wegfahren. Wir haben Bock auf Gangbang. Gangbang. Also ist klar, was von uns? Wir sind safe. Aber wir sind vor allem auch safe gleich da. Wollen wir in der Runde schon zum Camping? Ne, da sind die Türen auch auf. Wollen wir rüber auf die andere Seite vom Wasser? Ja. Ach man, das ist so abgefuckt da hinten drauf. Man sieht halt nichts. Ha, ich komme wenigstens mit dem Fernglas. Schüsse auf uns. Schüsse. Fahr mal weiter. Ah, ja. Im Campingplatz. Im Campingplatz. Jo. Der ist, glaube ich, alleine. Aber was? Hier ist noch ein Campingplatz. Das müssen wir uns auch noch sagen. Wenn es noch einen Helm gibt, dann brauche ich den. Ich brauche auch noch einen Helm. Lol. Fick dich, kriegst du nicht. Oh, Lemmy. Geil. Du wichst, aber warum kriegst du das denn jetzt? Wollen wir den ficken da drüben? Aber der ist safe nicht alleine. Nein, doch, doch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo der ist. Der ist niemals alleine. Der sitzt ja auch auf dem Quad ganz alleine. Wo? In den Bäumen. In welchen? Da! Links von der Baumkette. Fährt er jetzt hoch Richtung Straße, von der wir gekommen sind. Bei mir sitzt der gerade drauf. Der ist gerade ausgestiegen. Da saß der gerade noch drauf. Willst du rüberfahren? Hä? Hat der sich ausgelockt? Klar. Ich spürste, da saß der gerade noch drauf. Ja, ich habe den da auch noch gesehen, seine Silhouette. Vielleicht ist er hinter den Bäumen, hinter dem Baumwipfel. Nein, 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 nein. Eben nicht. Der war ja da noch drauf. Fünf Meter voll. Aber er kann doch nicht fahren und sich ausloggen. Man muss doch stillstehen, um sie auszulocken. Wie geht das denn, Alter? Hä? Aber wo ist denn der dann jetzt? Ich bin am Reinschieben. Und der ist hinter uns. Naja. Er hat sich hinter uns geportet. Wie ein König. Na, was machen wir? Hä, willst du mich jetzt verarschen? Wo ist der hin? Liegt seine Leiche da, oder ist er denn ausgelockt? Nee. Ja, nee, wenn man sich ausschluckt. Ja, ich sehe. Jaja, dann liegt deine Leiche, glaube ich, auch da. Ja. Aber ich sehe, der kann sich so nicht weggeportet haben. Wollen wir hinfahren? Naja. Das ist mir ja schon wieder zu so specious. Zu specious. Zu specious, oder? Hast du wieder Lachs? Hast du noch eine Makeshift? Nee, eben nicht. Hast du einen geschreddeten Military? Nee, eben. Äh, Military habe ich schon. Ja, dann gib mir, dann kann ich Makeshift machen. Achso, hast du einen Helm. Achso, nee, ich habe auch keinen Helm. Hehehe. Aber dann gib mir schon mal den Military für später, wenn ich einen Helm finde. Kann doch nicht sein, dass der einfach weg ist. Was? Ja, beim Fahren kann man sich doch gar nicht ausloggen, oder? Man muss doch still stehen. Nee. Ja, kann, muss man. Ah. Oder er hat es einfach geschlossen und scammed. Äh, LOL! Was? Da war jetzt ein Auto, oder? Ja. Tschüss. Hä? Geil, Alter. Ach, hier? Warte mal, auf der anderen Seite war auch ein Auto, glaube ich. Gerade da, wo der Typ war. Hä, wie ist der? Ja, ja. Hinter den Bäumen fährt ein Auto jetzt. Ist gerade gefahren. Ja, ja. What the fuck, Alter. Hä, da war doch jetzt gerade ein Auto. Hä, sag mal, habe ich jetzt Paranoia, oder was ist da los? Du bist komplett behindert bist du, Alter. Magst du dich hinten reinsetzen? Vielleicht kannst du dann von hinten schön schießen, links und rechts. Nee, man kann von vorne schießen. Ja, aber wenn jetzt nichts von mir ist. Nee, fahr so. Ich treff alles. Ach. Wickel Scheiße, Alter. Also schau mal, links ist ein Berg irgendwo hoch. Ist da irgendwas? Ich seh da nichts. Da ist noch Holzhitteil. Schauen wir doch einmal. Ah, hier rechts ist auch noch was. Türen zu. Ja. Wenn wir jetzt einen Helm finden, brauche ich den aber bitte. Jo. Oh. Oh. Das sind 8 Kits. Nichts. Oh nein, ist noch ein Military. Hier ist ein Helm. Äh, wo? Ich will die Military und du den Helm, oder? Ich hab den Military, dann lege ich. Oder ich leg dir den hin. Und hier ist noch ein Ducktape. Nice. Ich leg dir den Helm. Jo. Hast du den Helm schon? Ne. Hä, wo ist der denn? In einem Wohnwagen da drüben. Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch mehr Helme, weil die gehen schnell down. Die Kacke. Ja. Komm rein. Da oben ist noch eine Holzhitte links. Ist aber eigentlich nice, dass wir gerade ein Auto einfach gelackt haben. Alle mal Lacker, Alter. Oh, nette Holzhitte. Und wir sind da. Wir müssen, das Gas kommt, das Gas kommt. Hierher aber nicht. Ich glaub hier sind wir noch safe. Hier ist noch ein Helm. Fuck, ich brauch einen. Hier ist noch eine Akarmonie. Hier ist noch ein Helm, hier ist noch ein Helm draußen. Wo? Geil, ich hab auch ein Lemmy. Wo, wo ist ein Helm, wo ist ein Helm? Ganz draußen. Also hier auf dem, auf dem. Was du lagst mit deinem Lemmy, du Wichse, Alter. Du hast doch auch eine. Ja, aber ich, ja. Da drüben liegt noch eine Akarmonie. Okay. Ja, hier. Ach so, hast du schon? Hä? Leute, ich hab mir noch eine genommen. What the fuck? Ah doch, da unter... Ne, hä? Okay, die ist weggebrockt. Hä? Ne, die... Hä? Bin verwirrt. Bin komplett am Arsch. Ja, dann fahren wir mal weiter, oder? Warte, ich schwette den hier auch noch, den Militär. Dann hab ich noch ein paar Bandagen und... Boah, Alter. Wie viel, wie viel First Aid hast du? Ich hab jetzt fünf. Ja, ich hab auch fünf. Okay. Okay, aber eher hab ich wenig. Hier ist noch ein Militär, wenn du den shredden willst. Ne. Fuck, warte mal, warte mal, bleib mal stehen. Ich muss zurück. Ich glaub ich hab die Makeshift gedroppt. Ach ne, hab ich schon ne Makeshift gehabt? Ne, du hattest keine. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Warte dann. Du hast doch eine gemacht, unten. Ne, ich hab keine gemacht, ich hab keine gemacht. Ah, dann... Ah, egal. Ah, okay. Ich würd aber lieber jetzt noch eine machen wollen. Bleib mal schnell stehen. Mach halt eine. Ich mach grad Bandagen. Äh, Helmschwerden. Und... Wegshift. Jo. Mach das nicht. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Da links ist ne Military Base. Ist doch 16. Ah, geil. Rechts ist... Ich kann irgendwo Schüsse auf jeden Fall auch. Ich glaub rechts da in nem Vorort wieder. Da geht's ab. Aber wir bewegen uns hier grad gar nicht so schlecht, weil... Ich glaub links hier in dem Military vielleicht. Boah, da hat's halt geleckt. Alle mal lecker, Alter. Ja, da wurd's selbst schon gelootet. Da will ich nicht rein, wenn der jemand... Ja, eben. Ich glaub, dass da halt noch jemand ist oder so. Rechts von uns, Auto! Wo denn? Ich seh's nicht. Ich hör's nur. Fahr mal in den Wald und mach Motor aus oder so. Doch, hinter uns. Motor aus. Ich seh's nicht, weil ich mich wieder nicht bescheid drehen kann. Ey, jetzt hat der zwischen den Bäumen. Ja, ich seh's nicht. Warte, jetzt hat... Ja, ja. Okay, ich hab's gesehen. Ist auch noch ein Truck. Lass mal noch ein bisschen chillen. Ja, ich wollt... Ne, ich wollt hier schauen, ob... Wir sind mitten in der... Hier ist direkt mitten in der Zone. Perfekt in der Mitte sind wir gerade. Hä, wollen wir hier einfach chillen? Ach, Leute. Ja, aber wir kommen halt... Ja, oder halt den Berg runter und dann links unter die Tannen stillen. Da schaut eigentlich keiner runter, oder? Ich will nicht hier hin. Schüsse hinter uns. Military Base, oder? Weiß ich nicht. Warte mal, warte mal. Leute, immer Auto, komm mal los. Okay. Ich seh keinen in der Military Base. Wir pissen gleich schon nur einen so aufgeregt wie ich bin. Ja, ich doch auch. Na, meine Finger sind wieder kalt. Warte, ich schau noch mal kurz den Berg hoch. Fuck, ich hab halt wieder zu wenig Muni, das seh ich jetzt schon kommen. Ja, AK muss man halt. Warte, chill mal, bleib mal stehen! War da rechts nicht was? Ich dachte auch grad, das war beim Stein. Ich mein, ich hätt da rechts was gesehen. Da unten sind Schlüssel. In der Stadt. Oder, warte. Oder oberhalb der Stadt kann auch sein. Okay, da seh ich nicht. Alter, wir fahren mal hier rum. Ne, hinter dem roten Haus glaub ich waren die grade. Ich füll kurz, ich tank kurz auf. Ja. Soll ich auch auftanken gleich? Ne, ne, chill, chill, chill. Das andere ist eh im Auto drin, also. Haben wir noch ein Stückchen höher, sonst seh ich. Ich hab selber noch einen. Ich seh sonst nicht. Wenn wir nach dem Gefecht umfahren dann? Fuck, ich kann mich nicht ganz nach... Du musst mal nach hinten specken, ich kann nicht mich ganz umdrehen. Ich glaub, die sind eher auf dem Berg. Ja, da oben fährt auch ein Auto, ein Pick-up. Wo? Äh, ein Truck mein ich. Oben am Berg, genau gegenüber von uns. Lol. Fahr mal hoch, ich schau mal mit nem Fernglas. Ja, dann sehen die uns halt. Ne, die sind hinter den Bäumen jetzt halt. Ah, ne, unten ist er. Unten ist er. Ja, jetzt fährt er rechts von uns hoch. Mit dem nichts. Soll ich hinfahren oder weg? Ne, ne, lass mal. Ja, oder? Keine Ahnung. Ne, lass mal noch nicht hinfahren. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gierig auf dem Dicks. Aber die schießen gerade. Ja, aber dann mach ohne Motor. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Beschreib mal wegen Himmelsrichtung. ENE sind hier unten reingefahren in den unteren Hof. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass gleich von rechts einer kommt. Aussteigen und runters Becken. Ah ne, die sind ja wieder hochgefahren, glaub ich. Willst du hinschauen? Auto? Ich höre Motor. Pfff, Alter, ich dachte schon das hier. Ja, direkt vor uns, glaub ich. Lass mal ein Stückchen vorrollen. Mach mal Motor schnell an und lass rollen. Ach, komm. Ja, da unten. Park da unten. Glauben, sollen wir hinlaufen? Wollen wir hinlaufen? Ja, wir werden gefickt. Auto! Ja! 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 Das ist für mich komplett falsch. Ne! Die wollen uns nicht. Die sollen uns, glaub ich, nicht hinterher gefahren. Ja! Hier! Hier ist einer! Dings! Park so, dass wir... Ich wurde gehittet! Ja, hier! Warnagier dich raus! Raus! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der ist down, Alter! 16 AP hab ich den runter... Ja, egal. Mach was draus! Los! Ich weiß nicht, ob ich auf Gangbang gehen soll. Fck, 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 fck! Ich höre ich ein Auto? Ich geh jetzt auf jede Gangbang, die ich krieg, Alter! Wir fahren zum Auto wieder. Fck, da sind zwei... Oh, scheiße! Wir schießen auch auf dich, kann das sein? Ja, kann gut sein. Na, egal, aber... Oh, oh, das Auto brennt! Ich bin nicht down! Oh, das Auto explodiert! Mann! Weil ich auch dumm bin und hinterm Auto sitz und nachlade und weiß, dass das Auto eh gleich explodiert! Mann, ich bin richtig schlecht an dem Game! Mann! Egal! Team 8! Ah! GG! GG! Mann! Wire Stitch! Daw! Mann! 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 Was!